Meine Kerze Meine Kerze brennt für Menschen, an die vielleicht kein anderer denkt, und die sich verlassen fühlen, niemand ihnen Nähe scheint. Meine Kerze brennt für Menschen, die ich gar nicht gerne mag, doch mit denen ich mir wünsche, dass ich einmal mich vertrag. Meine Kerze brennt für Menschen, die der Krieg und Hunger schwächt. Wenn ich damit klagen möchte, mein Gott, das ist nicht gerecht. Meine Kerze brennt für Menschen, dort wo die Verzweiflung ruht, weil ich ihnen herzlich wünsche, dass mein Gott sie reich belohnt. Meine Kerze brennt für Menschen, die bereits gestorben sind, und nun neu geboren werden, in Gottes Reich als Gotteskind. Meine Kerze brennt für Menschen, die bereits gestorben sind, und in Gottes Reich als Gotteskind. Meine Kerze brennt für Menschen, Meine Kerze brennt für Menschen. Meine Kerze brennt für Menschen. Wie ist sie damit? Ich habe mich überrascht,